Hallo zu einem kleinen Outdoor Video. Ich stelle euch heute mein Survival Kochgeschirr vor. Das Ganze ist von Highlander, heißt Festival Chef. Enthalten ist einmal der S-Bit-Kocher hier mit 24 Tabletten, eine große Aluminiumschale, eine kleine Aluminiumschale, zweimal Löffel, Gabel, Messer. Die, wo bei mir allerdings schon abhanden gekommen sind. Ich besitze nur noch einen Löffel. Geliefert in einem Pappkarton und da drin ist dann der Stoffbeutel. Hier oben mittels Klettverschluss zu. Das Ganze sieht dann so aus. Dann haben wir hier unseren S-Bit-Kocher. Das ist natürlich schon alles benutzt bei mir. Dann haben wir hier die S-Bit-Tabletten. Das Ganze einfach hier rein. Tabletten anzünden. Das Ganze drauf. Dann kann man kochen. Also das Ganze besteht aus Aluminium, der Kocher, sowie die zwei Schalen und das Besteck. Lässt sich einfach zusammenklappen, plattspannend, verstaunt. 24 Tabletten, die passen hier rein. Kann man das Feuerzeug auch noch mit reintun. Griff lässt sich einmal komplett abmachen. Die Halterung ist hier herangenietet. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Ich habe es jetzt auch schon über ein Jahr und kann mich nicht beschweren. Lässt sich einschlappen. Der Griff wird nicht heiß, wenn es am Feuer steht. Oder über dem S-Bit-Kocher. Kann man nehmen, wie man will. Angebranntes geht sehr leicht wieder raus. Es kostet aktuell bei Cotte und Celle, da wo es ich auch her habe, 28,50. Der einzige Nachteil bei diesen S-Bit-Tabletten, man braucht circa für eine Portion Fertignudeln oder eine Dose Raffaoli, zwei Stück von diesen Tabletten, dass die heiß wird. Der Nachteil sieht man hier, man bekommt schöne Rußflecken. Also es ist jetzt nicht so, dass das recht viel raucht und dann rußt, das tut es nicht. Es ist wirklich nur hier am Aluminium dann der Ruß. Kann man aber abwaschen. Der ist jetzt hier unten nicht sauber gemacht, zum zeigen. Ansonsten bringt man es sehr gut wieder sauber. Das Besteck, wie schon gesagt, zwei Löffel, zwei Messer, zwei Gabel, sind hier mit diesem Knopfsystem ineinander zusammen gemacht. Ist auch sehr platzsparend, rostet nichts, stabil, kann ich mich nicht beschweren. Zum Lieferumfang gibt es noch 16 wasserfeste Streichhölzer, die habe ich natürlich schon aufgebraucht. Und ja, muss jeder selbst wissen, die S-Bit-Tabletten, die haben den eigenen Geruch. Aber ansonsten ist das Ganze sehr hochwertig verarbeitet. Wackelt nichts, steht alles. Kann ich nur empfehlen. Das Ganze lässt sich sehr platzsparend wieder zusammenklappen. Dann kommt es einfach wieder in den Stoffbeutel. Wieder mit Klettverschluss zugemacht. Und fertig. Das Einzige, es klappert. Aber ansonsten, ich benutze es jetzt schon über ein Jahr. Noch nie Probleme damit gehabt. Super Kochgeschirr. Das Einzige, was noch ist, da es aus Aluminium ist, wird es wieder sehr schnell kalt. Also um Speisen lange warm zu halten, ist es definitiv nicht geeignet. Aber dafür ist es dann wieder schnell abgekühlt. Man kann es wieder zusammenpacken. Muss nicht ewig warten, bis es kalt ist. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Kann ich jedem noch empfehlen. Ich werde mir auch noch einen Trangier-Kocher holen. Also mit Brennspiritus. Und dazu gibt es dann im Sommer auch ein kleines Review. Bis dann.